Hallo, hallo ihr Hübschen und willkommen zum Impuls fürs Wochenende, 18. und 19.6., wir sind heute noch in der Wassermänenenergie und wechseln dann aber rüber in den Fischemond. Und jetzt haben wir als Tagesenergie, schaut mal, das Herzensbewusstsein und morgen dann über die Lernaufgaben in einer Verbindung. Jetzt geht es also ganz, ganz, ganz extrem um die Lernpartnerschaften. Wir haben heute ja auch, habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt, das Venus im Stier, da verweilt sie ja noch. Nächste Woche zieht sie weiter, ein Quadrat zum Saturn bildet. Dadurch, dass das Herz, das klare Wissen in dieser Verbindung verankert hat, und da geht es ja jetzt schon die ganzen Orakel drüber, ist diese Spiegelung, diese Lernaufgabe nicht mehr notwendig und man kann diesen Zyklus, diese Verbindung, diese Lebensphase, diesen Abschnitt hinter sich lassen. Sommersonnenwende, ne, und einen Wandel zulassen, eine Veränderung zulassen, in den Wendepunkt gehen. Und das haben wir jetzt halt hier dieses Wochenende, ja. Jetzt sieht man so klar, ne, hier heute, jetzt sieht man so klar, was die Lernaufgabe in dieser Verbindung war. Das heißt, ne, wir sind ja dreifaltig, Köpfchen ist jetzt auch mit dabei, Herz ist auch mit dabei. Was fehlt dann noch? Die Verkörperung. Was ist dann die Verkörperung, ne? Da nicht um noch weitere, lass mich bitte noch 30 Mal vor die Wand laufen, ne? Das hat sich jetzt erledigt. Man kann das jetzt einfach loslassen, hinter sich lassen. Ja. Gut. Gucken wir mal rein. Und passenderweise dazu zieht Venus dann auch nächste Woche weiter, ne? War ja jetzt die ganze Zeit in dem Stier, ne? Deswegen gab es so nochmal so ordentlich so kräftig drauf, weil das doppelte Packung war, ne? Venus im Stier, nochmal gleiche Runde drehen, ne? Dann dazu die rückläufige Merkur-Zeit, ne? Das heißt, doppelte Energie, ne? Von dem Merkur und vom Stier, ne? Immer auf die Mütze drauf, ne? So nach dem Motto, wenn wir es jetzt nochmal geballt reingeben, dann muss es ja mal integriert werden, ne? Durch den Rückfluss, ne? Hier, Rückfluss, haben wir das Saturn-Orakel drauf gemacht, habt ihr in der Infobox beziehungsweise als Karalmitglied zugesandt bekommen. Und dann, wenn es in geballter Form kommt, ja, dann kann man es dann natürlich auch irgendwann, ist der Wille, ne? Der Wille groß genug, oder wir sind wieder bei dem Spruch, ohne Frustration keine Motivation, ist die Frustration groß genug, da dann mal den Deckel drauf zu machen. Ja, und nächste Woche zieht Venus dann auch entsprechend aus dem Stier raus. Wird ja dann bei Kleinen auch mal Zeit, ne? Aus dem rückläufigen Merkur sind wir ja schließlich auch raus. Zieht, ne? Zieht weiter, kommt in den Wendepunkt und zieht in den Zwilling, ne? Hier, in die Fische-Energie. Und dann, also hier rein, ne? Da zieht Venus nächste Woche rein. Ja, und dann braucht der ein oder andere entweder nochmal eine geballte Packung, ne? Bis sich das endlich gesetzt hat, ja? Oder es kommt halt die nächste Ebene, ne? Die nächste Ebene. Also eine neue Spiegelung, ne? Die alte Spiegelung. Der Zwilling sind ja die Fische im Lennomord, ne? Die alte Spiegelung wird verlassen. Und eine neue Spiegelung kommt. Ja. Gut. Das sind also die Energien. Es ist energetisch. Merkt ihr also, wie ihr etwas ganz klar, ganz klar seht. Na, und auf allen Ebenen euch einig darin seid, dass ihr etwas Bestimmtes eben nicht mehr braucht. Ihr braucht es einfach nicht mehr. Ja, das Wissen, ne, was ihr aus dieser Verbindung für euch abziehen konntet, landet sozusagen. Ja, ich sehe das auch so, wie Fluglotsen, ne? Ja, was können wir denn noch dazu bekommen? Ach so, ja. Was ich gestern, ne, im, im, bei dem Außenimpuls noch bekommen habe, weil gestern hatten wir ja energetisch das, wo man das Gefühl hat, ja, ich weiß es, aber ich kann mich trotzdem nicht draus befreien, ne? Das ist wie ein Fluch, ja, diese Besetzungen, ne? Die Flüche. Dazu habe ich gestern noch eine Anleitung draußen für euch bekommen. Die habe ich gestern dann noch mit aufgenommen. Ja, eine Anleitung für euch bekommen. Wie erkenne ich das, ne? Wie erkenne ich, ob ich so ein Blutegel, so ein Vampir, ne, in meinem Energiefeld sitzen habe, ja, da noch alte Flüche sind, ne? Wie erkenne ich das und wie löse ich das auf? Ja, das habt ihr in der Infobox, ne? Der Punkt heißt, hier Kanalmitglieder, habe ich das gestern schon zugesandt. Das heißt, ne, Meditation, Flüche erkennen und auflösen. Das war gestern hier, ne? Serafim war gestern noch ein großes Anliegen, dass ich das für euch aufnehme, ne? Und ihr da selbst euer Energiefeld scannt, ja? Aber das habt ihr in der Infobox. Na, wer hier mit Flüchen und schwarzer Magie und sowas zu tun hat, ne? Ja, ja, schaut, ne? Da haben wir schon die Beziehungen, ja? Und ihr schaut mal, ne? Wie geil das hier auf diesem Bild ist, ne? Ja, ich trinke dein Kelch, ja? Hier, ne? Ich habe in der Verbindung zu dir etwas gelernt, ja? Und du trinkst meinen Kelch. Ja. Genau. Und das war von Göttlichen so gewollt und beabsichtigt, ne? Und ob ihr den Kelch jetzt schon ausgetrunken habt, ja? Oder der andere den Kelch schon ausgetrunken hat. Oder ob da noch Aufgaben sind, ne? Unerledigte Aufgaben sind, das werdet ihr wieder selbst am besten wissen, ne? Und das wisst ihr dieses Wochenende auch. Und das war's. Genau, da. Lass es einfach geschehen, ja, es wird dir reingespült, es ist für etwas gut oder es war für etwas gut, je nachdem an welchem Punkt ihr da steht, ne. Hier haben wir auch schon mal Türkis, hier haben wir das Halschakra und für was ist oder war es gut, ne. Diese Verbindung, weil hier halt die Abmachung war, an etwas, wieder die zwei, ne. An etwas zu wachsen, ne, und an was zu wachsen, ne. An der Energie eines anderen zu wachsen. Ja, dieser andere hatte die Aufgabe oder hat sie immer noch, bei euch Dinge in den Fluss zu bringen, weil ihr ein bestimmtes Wissen in eurem Herzensbewusstsein integrieren wolltet. Also im Grunde genommen können wir für dieses Wochenende sagen, ja, dass hier Energien zu euch gebracht werden, ne. Oder schon da sind, ne, Verbindungen schon da sind, wo es darum geht, wo ihr im Stocken geraten seid, ne. Oder wo ihr eine Lernaufgabe, ein bestimmtes Wissen, ein Herzensbewusstsein noch nicht integriert hattet. Und, dass euch diese Energie geschickt wurde, ja, um mit bestimmten, an bestimmten Sachen zu wachsen, ne, mit bestimmten Problemen fertig zu werden. Und, dass diese Energie die Dinge bei euch in den Fluss bringt. Ja. Also guckt mal, mit wem ihr jetzt da dieses Wochenende zu tun habt. Es soll euch helfen, ja, ne, da, zur Hohepriesterin zu werden, ne, aus sich, aus dem Karmaspiel, aus dem Karmaspiel zu befreien, ne, und, ähm, jegliche Form von Opfer, Retter, Täter zu verlassen, ja, Positionen davon. Und, da, aus dem Karmaspiel rauszuwachsen, ne, ja. Gut, dann beobachtet mal, wenn ihr den Blick von außen auf eure Situation braucht, wisst ihr ja sonst auch, wo ihr mich findet. Dann entlasse ich euch mal. Bis dann. So, Herr. Bis dann. �